Hi, ich bin Nico und mache eine Ausbildung zum Fachlageristen. Bevor ich mich für die Ausbildung zum Fachlageristen entschieden habe, habe ich hier schon meine erste Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer absolviert. Nachdem ich die Ausbildung erfolgreich bestanden hatte, habe ich an unserem Standort in Sessenbach in der Verpackung gearbeitet. Nach gut zwei Jahren gab es dann eine interne Stellenausschreibung zum Fachlageristen. Weil es mir immer sehr wichtig war, flexibel einsetzbar zu sein und ich gerne noch meine Fähigkeiten erweitern wollte, habe ich mich schließlich auf die Stelle beworben und diese auch bekommen. Mein Tag beginnt oft sehr unterschiedlich. Ich fahre morgens mit dem Auto aus meinem Heimatort Puderbach zur Arbeit und starte dann gegen 5.30 Uhr. Ich bin als Fachlagerist für verschiedene Aufgaben zuständig. Wenn neue Lieferungen für unsere Fließstoffproduktion ankommen, kümmere ich mich um die Warenannahme. Da sorge ich dafür, dass die fertig produzierte Ware richtig eingelagert und anschließend für den Transport kommissioniert wird. Dadurch, dass unsere Lagerflächen an unserem Standort in Dierdorf begrenzt sind, müssen wir auch fertig produzierte Fließstoffe zu unserem Außenlager nach Sessenbach liefern. Auch darum kümmere ich mich, damit alles reibungslos klappt. Aber auch andere Aufgaben, wie zum Beispiel die Abfallentsorgung, fallen in mein Aufgabengebiet. Einmal pro Woche habe ich Berufsschule Neuwied an der LES. Dort lerne ich alles Wichtige an theoretischem Wissen, welches ich nachher für meinen Beruf als Fachlagerist brauche. An meiner Ausbildung bei TWE gefällt mir besonders gut, dass sie sehr abwechslungsreich ist. Kein Tag ist hier wie der andere, denn es gibt ständig neue Herausforderungen und das bereitet mir sehr viel Freude. Nach meiner Ausbildung möchte ich gerne einen Lkw-Führerschein machen. Dadurch kann ich noch flexibler werden und vielfältigere Aufgaben übernehmen. Du interessierst dich für eine Ausbildung oder ein duales Studium an unserem Standort in Dierdorf? Entdecke jetzt unsere Website und erfahre mehr über die Aufgaben unserer Auszubildenden. Außerdem kannst du bei Facebook unseren Azubis deine Fragen stellen. Also schau doch mal vorbei, wir freuen uns auf dich und wünschen dir viel Spaß beim Entdecken.